Ja, wir haben hier den Season Opener für die neue Saison 2022-2023. Eigentlich schon fast der Traditionsanlass bei uns, der Corona geschuldet hat jetzt auch ein paar Jahre nicht stattfinden und umso glücklicher sind wir, dass wir heute die wichtigsten Sponsoren und Partner von eBay hier versammelt haben, um die neue Saison einzuläuten. Wir hatten einen sehr spannenden Talk mit Christoph und Wuschel Speicher durch den Berni Schär, den heimlichen Stab des Abends, ein toller Moderator, der uns durch den ganzen Abend führt. Wuschel hat natürlich Einblick gegeben in die Kaderplanung, auf die kommende Saison. Dann hatten wir Live-Schalter in die Trainingslage, ins Hotelhaus nach Gstaad, sehr spannend gewesen mit Raffi Vicky und Cedra Gieten. Und dann haben wir noch Sandra Betscher zu den eBay-Frauen gehört und jetzt sind die Leute beim Dessert und dann gibt es noch die After-Party, also gibt eine runde Abend würde ich sagen. Das ist ein super Abend. Man sieht Leute, die man manchmal längere Zeit schon nicht gesehen hat. Das hat Leute, die man schon länger kennt und das merkt man, ist eine grosse Familie und ich bin sehr beeindruckt von Wuschel, wenn er das gemacht hat. Also für mich hat der Vorbildcharakter jetzt so, Führungsmässig, den ganzen Auftritt hat mich sehr gut getäuscht und der Berni Schär, ein sehr sympathischer Moderator, also besser kann man es eigentlich nicht machen. Das Riesenfest heute hier im Kurssaal, für uns ist es natürlich mega toll, wir haben so viele Leute heute im Kurssaal gefunden, das Wetter ist top, ja, was willst du eigentlich mehr, oder? eBay stehen, wir schauen vorne auf eine gute Saison, die sicher kommt, ja, Freude. Musik